Hi, 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 Dragonfly ist jetzt weg. Endlich können wir mal gute Sachen spielen hier. So, jetzt ziehen wir wieder an, damit wir wieder gut spielen. Jetzt sterben wir aber nicht die ganze Zeit. Was, endlich? Nee. Dragonfly macht ja nie was. Lass mal sein Haus in die Luft jagen mit Atomwaffen. Wäre, ja witzig. Ich glaube, meine Facecam zieht nach. Und zwar so heftig, dass das jetzt nicht mehr gut ist. Egal. Passiert. Wenn, ach du Scheiße, was? Mein Jetpack ist leer. Nein. Ich habe 200 Meter bis Homo. Ja, das kannst du auflaufen. Bis Hoboken. Bei Dragonfly ist Haus. Ja, bei Dragonfly kannst du aufladen. Der hat genug Energie. Eben. Der zieht doch eh nicht viel Energie. Der Dragonfly braucht doch die Energie nicht. Ach, Quatsch. Die 80k. Da wird er die 80k wohl verkraften, wenn ich die mal eben hier wegnehme. Die 80k. Oh. Ja, das kann er verkraften. Oder neu craften. Keine Ahnung. Mal sehen. Mal sehen. Was machst du denn heute in deiner Folge? Hoboken. Ey. Ey, wenn das jetzt geht, lass dich aus. Ne, das geht nicht. Puh, ich dachte gerade schon. So, ich werde hier den Thorsten Harvester hinsetzen. Ich werde jetzt an mein Handy gehen und googeln, wie ich das Dach eines Minecraft-Leuchtturms mache. Ne, Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Diesmal vertippe ich mich nicht. Den da wollte ich machen. Dann setze ich den Thorsten Planter, glaube ich, hier hin. So, also machen die jetzt hier noch einmal außen wieder so ein Steinding wie unten. Dann oben den Ring mit dem Balkon, der kleiner ist. Und dann da oben drüber die Party-Area. Das bedeutet... Item-Duct. 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 Ne, ich glaube, ich mach das mit den... mit den Konsonisten, die hier schon rumstehen. Wo sind eigentlich die anderen hin? Also nicht. Ich glaube, ich hatte mal mehr. Du alter Schwertfisch, du. Weil, wenn man einmal Craften sucht, hört sich da kommen noch acht Stück, ne? Ah, ich mein ja. Ich habe hier... Sieben. Dann fehlt ein... Ich habe aber nur sieben. Geil, wahrscheinlich muss ich mir jetzt weiße Wolle craften. Hm. Ich brauche Barrels. Oder ich habe wieder die scharfe Weiß. Barrels. 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 Eifen-Barrels. Nein, die hießen die. Better Barrels. Oh, warum machst du den? Nein, als ob du wieder mit diesen blöden Barrels arbeitest. Doch, die sind geil. Hauptsache, alle bauen als allererstes ihr Haus. Was macht Korb mal als erstes mal fett irgendwo einen Leuchtturm hinsetzen? Man muss einfach Priorität setzen. Ja, man muss einfach P-P-A-P setzen. Finde ich auch. P-P-A-P setzen? Duh. Ich habe ein P-Pen. Duh. 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 Apple Pen, Pin Pine, Apple, Apple Pen. Das ist, ja, belastend. Vor allem so, wie ich wieder in diesem Stuhl hier liege, ist das nicht gut für die Facecam, weil man sieht einfach nur noch den oberen Teil von meinem Kopf. Aber da merkt man nicht, wie blöd der Mund lag, weil den sieht man gar nicht mehr auf der Facecam. Vielleicht sollte ich mich mal wieder hinsetzen, dass man irgendwas von mir sieht. Mache ich doch die ganze Zeit. Ich würde sagen, jetzt wo Dragonflight weg ist, können wir mal über Thorsten Havener reden. Nicht? Nö. Über wen willst du dann reden? Über Thorsten Havener. Okay. Wo sind meine Kondolets? Nein! Ich habe Wolle gedroppt. Ich springe da hinterher. Nein, ich habe Fleisch gedroppt. Daher, dem sind wir nicht so hinterher gesprungen, glaube ich. Shit. Happens. Shit. 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 Ich brauche, wie viele Kondolets? 700. 700. 2, 3, 4 Stück brauche ich noch. Fuck. Dann werde ich wohl oder übel hier. 1, 2, 3. Dreh. Kannst du bitte... 4? 4? Auf Hallen durchzählen. Wat? Das heißt, auf Hallen durchzählen. Warum habe ich jetzt 4 abgebaut? Dann habe ich jetzt 7 im Investor. Keine Ahnung. Backe, backe, Kuchen, glaube ich. So, das ist jetzt die fette Area hier oben. Bei der ich mir vielleicht Gedanken machen sollte, ob ich das hier wegmache. Ich weiß. Das war sehr dumm. Ich weiß. Dann muss ich jetzt die Fläche wieder angeschlossen sein. Was macht Thorsten da oben? Was? Nein, Thorsten, nein! Was macht Thorsten da? Der baut schon ab und hat noch eine Kiste, wo er was reinschmeißt und halt. Nein. Thorsten, stopp. Nimm dem halt einfach die Energie weg. Nein, Thorsten. Gib dem jetzt eine Kiste, da kann er vielleicht die Sachen reintun. Reinkotzen. Hier, Thorsten. Da rein bitte. Ich hab aber von allem zu wenig dabei. Ach ja, Quatsch, ich hab nicht von allem zu wenig dabei. Ich hab ja hier überall... Scheiße, den Stein brauch ich noch. Ja, das sagst du auch öfter. Nein, tue ich eigentlich nicht. Nicht? Warte. Bei... 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 Oh mein Gott, ich hätte gerade leicht einen krassen Abgang gemacht. Ich brauch eine Enderperle. Hat er doch noch irgendwo eine, nicht wahr? Hast du dir nicht Dragonfly gegeben? Nein. Du hast doch eine Dragonfly gegeben. Nein, hab ich nicht. Dann hat er sich vielleicht eine genommen. Ich hab Dragonfly Obsidian gegeben. Ah, ja, das weiß ich. Wollte der nicht auch noch eine Enderperle haben? Der wollte noch eine Enderperle haben. Der will eigentlich immer alles haben, ne? Ja. Als Schnorrer. Ne, seh ich gar nicht ein, also... Dann hol ich mir nochmal eins Enderperle. So... Holz hab ich dabei. Das heißt, ich kann jetzt anfangen schon mal... Warum droppt es hier Stein runter? Nein! Wir haben jetzt hier überall Wald, Alter. Da ist ein Enderman. Im Wald. Runter. Fuck! Warum droppen die alle nix? Weil du die normalen Schwert angreifst. Crafte dir mal die Ender. Dann kriegst du da auch viel mehr Enderperlen raus. Drop, 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 drop. Hier ist noch einer. Drop, drop, drop. Aber... Ah, what the... Nein! Ah! Jetzt nicht... Dann... Dann... ... ... ... ... Alter, durch diese drei FPS in der Höhe ist nicht einfach. Wahnsinn, durch diese Lags wirkt das so schwer hier. Alter, du kannst hier oben nicht bauen, ohne Angst um dein Leben zu haben. Halt! Nein, 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 nein. Was ist denn? Ich werde bei einem eigenen Haus angegriffen. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Was passiert, wenn man Obsidian brennt? Keine Ahnung. Du schwimmst da hinten schön, das finde ich sehr sexy. Was hast du da eigentlich für ein riesiges Feld gebaut? Was hast du dir dabei gehofft? Fuck ich brauche noch ne Oh 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 nein. Oder ich mach dann da ne treppe hin. Ne, ich mach da keine treppe hin. Ich mach da ne ganz normalen Elevator. Oh Gott, wie mache ich das jetzt? Ich würde sagen, ich gehe jetzt als erstes mal wieder runter. From the Isle of Cordmo. Da hinten sieht man den Schwanzturm. Ich werde den noch krass schöner craften müssen. Scheiße. Ich gehe dann mal schlafen. Würde ich dir auch empfehlen. Okay. Weil du stirbst eindeutig wieder zu oft in diesem Spiel. Das da brauche ich. Wir nehmen davon nochmal ein Stack mit. Den da brauche ich. Holz brauche ich. Oh nein, ich habe wieder kein Holz, alter. Äh, hast du Dark Oak? Ja. Kriege ich was. Andere, was findest? Ich habe jetzt eine fette Baumfarm. Alter, ich werde immer noch von Zombies angerissen. Weil der Spack eine Rüstung anhat. Brennt der nicht. Der Spack hat mich jetzt angezündet. Oh, los. Du hast doch da hinten moderne Kunst gebaut. Sehr hässliche moderne Kunst. Moderne Kunst ist immer hässlich. Ah, ah. Es gibt sicherlich auch moderne Kunst, die gut aussieht. Nein. Doch. Nein. 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 So. Brauchen wir da ernsthaft? Nein. Brauchen wir. Wait, what? Oh, ich muss echt dann irgendwann eine Wireduck-Strecke in diesem blöden Leuchthaum bauen. Alter, das hält ja kein Mensch aus, die ganze Zeit zu laufen. Beziehungsweise hier lang zu schwimmen, das ist viel schlimmer. Ich habe kein Eisen mehr. Das ist bitter. Oh, ich meine, das ist alles. Large, long dark oakwood planks. Alter, nein. Nein. Was ist denn? Wo kriege ich jetzt Eisen her? Ah, ich hab hier shiny Ingle. Cool. Ich will aber Eisen haben. Ich crafte mir jetzt eine Sch***, weil ich da am schnellsten mit Wolle abbauen kann, Alter. Ich glaub, ich mach das dann lieber doch mit Viaduct. Was? Stadt mit? Das mit? Mit? Ähm. Das mit, mit Item Condon ist. Das ergibt keinen... So? Nein. So? Weil Viaducts sind nur F***-Sohnen. Ja. Schieb... Ey, wir können ja mal Dich durch das Item Condon erzielen. Oh, wäre irgendwie unheimlich. Das wäre irgendwie unheimlich. Ähm. Dann... Da oben meine Sache. Schameleon. Ein Schameleon. Was ist damit? Ich habe keine... kein Essen mehr. Kein Jan Essen mehr. Ach, deswegen heißt der so. Oh nein. Oh nein, Alter. Das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Und das war's damit heute mit der technischen Folge. Wenn ihr sehen wollt, wie ich weiter seit Jahren an diesem Leuchtturben crafte oder wie ich nächste Folge schon weiter bin, schaltet doch wieder ein zu Technische Säure. 24 43 Ciao. Wen ist es? Schwanz. Dragonfly. Abonniert. Hey. Untertitelung des ZDF, 2020